Einige von ihnen waren namentlich gut bekannt. Aber dann gibt es den Antichristen, eine Einzelperson, die letztendliche Ausdrucksform dieser Dinge sein wird. Und dann gibt es den Geist des Antichristen, das ist der Geist, der alle Antichristen lenkt. Und dann fängt Johannes an, uns einige Kennzeichen dieses Geistes aufzuzeigen. Und in Vers 19 sagt er Folgendes. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Das ist von extremer Bedeutung. Sie fangen an in Verbindung mit dem Volk Gottes. Sie sind von uns ausgegangen. Und dann wurde es deutlich, dass sie nicht zu uns gehörten. Vergebt mir, wenn ich das sage. Aber der offensichtliche Ort, an dem der Antichrist wohl aufsteigen muss, ist die charismatische Bewegung. Denn viele Charismatiker sind unwissend in der Schrift. Und lassen sich von allem, was wunderhaft ist, beeindrucken. Und sie werden jedes Wunder als Beweis akzeptieren, dass dieser Mann von Gott kommt. Das ist total unbiblisch. Aber Menschen, die sich leicht reinlegen lassen, die nicht wirklich die Wahrheit der Schrift kennen, und die Ausschau halten nach dem Wunderbereich, sind der offensichtlich beste Punkt, wo der Antichrist eintreffen kann. Aber da bleibt er nicht. Und Johannes fährt fort in Vers 22, Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Messias ist? Wollen wir mal das Wort Messias gebrauchen? Und das ist ein Kennzeichen für den Geist des Antichristen. Er verleugnet, dass Jesus der Messias ist. Und dann in der zweiten Hälfte dieses Verses, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Der Geist des Antichristen verleugnet die Personen der Gottheit. Um die berühmte Oma-Moschee herum in Jerusalem ist eine lange Inschrift in Arabisch. Und da heißt es zweimal folgendes. Gott braucht keinen Sohn. Man kann sich mit einem Moslem abgeben, wo man ihn bis zu dem Punkt der Errettung bringt. Und er wird Jesus als Messias anerkannt. Aber wenn man davon redet, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bekommt man eine ganz andere Reaktion von dieser Person. Und viele christliche Touristen in Israel lassen sich täuschen, weil die Moslems zu ihm sagen, wenn ich glaube an Jesus. Und die glauben an Jesus. Als Prophet. Sogar als Marias Sohn. Als einer, der Wunder gewirkt hat. Aber eines werden sie absolut nicht anerkennen. Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist der Geist des Antichristen. Und damit haben wir zu tun. Und dann schauen wir in 1. Johannes 4. Und wir fangen an in Vers 1. Und kommen bis zu Vers 6. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Und es sind viele falschen Propheten ausgegangen in Israel. Versteht bitte, dass ein falscher Prophet einen falschen Geist hat. Der funktioniert nicht aus eigener Kraft. Sondern er bewegt sich in einer übernatürlichen Kraft. Aber es ist eine böse Macht. Und wenn ihr die Geschichte Israel studiert habt, werdet ihr etwas Furchteinflößendes feststellen. In der Zeit geistlicher und nationalen Verfalls gab es eine Wucherung an falschen Propheten. Und echte Propheten waren sehr selten. In der Zeit Elias war Elias der eine wahre Prophet. Und da gab es 850 falsche Propheten. Und ein bisschen später, als Ahab in den Krieg ziehen wollte, gegen Ramo den Gilead, hat er alle Baals Propheten versammelt. Und die sagten alle, geh hin und siege. Und Josaphat, der ein gottesfürchtiger König war, sagte, gibt es denn hier keinen Propheten Jehovas? Und die sagten, ja, da gibt es einer, bei den hassen. Denn der redet mir nie was Gutes. Trotzdem haben sie nach Micaiah gesandt. Und Micaiah war der einzige wahrhaftige Prophet bei all diesen Wahlen. Und er hat vorausgesagt, wenn die in den Krieg ziehen würden, würden sie umgebracht. Und er ist auch gestorben. Und dann, wenn man sich dem Propheten Jeremia zuwählte, in der Zeit des Verfalls des südlichen Reiches, Judah, und soweit ich es sehen kann, gab es nur einen wahren Propheten und viele falsche Propheten. Aber da war ein Unterschied. Die falschen Propheten des Nordreiches nannten sich Propheten Baals. Aber die falschen Propheten des Südreiches nannten sich Propheten Jehova. Aber die Bibel sagt, es war der Geist von Baal, der durch sie gesprochen hat. Ich glaube, wir befinden uns in einer Zeitperiode geistlichen und nationalen Verfalls. In Amerika, in Großbritannien, in Europa. Und ich glaube, wir sehen dasselbe Phänomen, eine Wucherung von falschen Propheten. Und einige von ihnen sind Baalspropheten, aber einige nennen sich Propheten des Herrn. Aber die Bibel sagt, wie kann man das Wahre vom Falschen unterscheiden? Und die Antwort ist einfach. Die erfahren wir in 5. Mose 18. Wenn ein Prophet etwas vorhersagt und es trifft nicht ein, hat der Herr nicht gesprochen. Sondern der Prophet hat anmaßend aus sich selbst heraus gesprochen. Nun, ich könnte wenigstens sechs wohlbekannte charismatische Persönlichkeiten nennen, die Voraussagen gemacht haben, die sich nicht erfüllt haben. Die haben Erdbeben, Flutwellen, Kriege und Erweckungen vorhergesagt, die nicht stattgefunden haben. Und wisst ihr, was mich schockiert? Soweit ich es weiß, hat nicht einer je seinen Fehler zugegeben. Nicht einer hat je zum Volk Gottes gesagt, vergebt mir, ich habe euch irregeführt. Und das ist für mich eine der schockierendsten Aussagen, die man sieht.